Hermann Hesse, Kurgast. Sie hören einen Ausschnitt, bei dem er während eines Mittagessens andere Kurgäste beobachtet. Ich sitze also an der Mittagstafel, sehe den Fisch, den Braten, das Obst einander ablösen, blicke in den Pausen lang und nachdenklich auf die Beine der servierenden Saaltöchter, alle in schwarzen Strümpfen, liege nachdenklich doch weniger lang auf die Beine des Oberkellners. Sie, also die Beine des Oberkellners, sind uns Patienten allen ein teurer Anblick, ein großer Trost. Dieser Kellner nämlich, ohnehin ein sehr angenehmer Herr, hat einst an äußerst schweren und schmerzhaften Rheumatismen gelitten, so dass er nicht mehr zu gehen vermochte und ist durch eine Badener Kur vollständig geheilt worden. Jeder von uns weiß es, manchen hat er es selbst erzählt. Darum sehen wir oft so nachdenklich auf die Beine des Oberkellners. Die Beine der jungen Saaltöchter aber in ihren schwarzen Strümpfen sind ganz ohne Kur von selber so schlank und beweglich und dies düngt uns noch tieferen nachdenkenswert. Da ich für mich alleine lebe, sind die Mahlzeiten auch die einzigen Anlässe, bei denen ich meine Mitkurgäste etwas näher kennenlerne. Ihren Namen zwar weiß ich nicht und ich habe nur mit wenigen ein Wort gewechselt, aber ich sehe sie sitzen, sehe sie essen und erfahre dabei manches. Der Holländer, mein Zimmernachbar, dessen Stimme jeden Abend und Morgen durch die Wand hindurch mich stundenlang des Schlafes beraubt. Hier bei Tisch spricht er mit seiner Frau so gedämpft, dass ich seine Stimme nicht kennen würde, wäre es nicht von Nummer 64 her. Oh, du sanfter Knabe! Einige Figuren unseres mittaglichen Theaters erfreuen mich täglich durch die Entschiedenheit ihres Umrisses, durch die Bestimmtheit ihrer Rolle. Es ist eine Riesen aus Holland da, zwei Meter hoch oder mehr und eine reichlich schwere und majestätische Erscheinung, würdig unsere Kurfürstin darzustellen. Ihre Haltung ist prachtvoll, ihr Gang aber lässt zu wünschen übrig und seltsam, kokett und gefährlich. Fast beklemmend sieht es aus, wenn sie den Saal betritt, gestützt auf einen zierlich dünnen spielerischen Stock, den man in jedem Augenblick erwartet, brechen zu sehen. Aber, vielleicht ist er von Eisen? Dann ist ein furchtbar ernsthafter Herr da. Ich wette, dass er mindestens Nationalrat ist, durch und durch moralisch, männlich, patriotisch, das untere Augenlid etwas rot und hängend, wie bei jenen treuen Hunden am Sankt Bernhard, der Nacken breit und steif, jedem Schlag standhaltend, die Stirn voll Falten, die Brieftasche voll wohlerworbener und genau gezählter Banknoten, die Brust voll einwandfreier, hoher, doch intoleranter Ideale. Einmal in einer furchtbaren Nacht hat mir geträumt, dieser Mann sei mein Vater und ich stehe vor ihm und müsse mich verantworten. Erstens wegen Mangels an Patriotismus. Zweitens wegen eines Spielverlustes von 50 Franken. Drittens, weil ich ein Mädchen verführt hätte. Am Tag nach jenem tödlichen Traum sehnte ich mich sehr nach dem leibhaften Wiedersehen jenes Herrn, vor dem ich im Traum so sehr hatte zittern müssen. Sein Anblick würde mich heilen, denn stets ist ja die Wirklichkeit so viel harmloser als das Bild unseres Angsttraumes. Der Mann würde vielleicht lächeln oder mir zunicken oder einen Scherz mit der Saaltochter machen oder mindestens durch seine körperliche Erscheinung das Zerrbild meines Traums korrigieren. Aber als es Mittag war und ich den strengen Herrn beim Essen wieder sah, da nickte er nicht. Noch lächelte er. Finster saß er vor seiner Rotweinflasche und jede Falte seiner Stirn und seines Nackens drückte unerbittliche Moralität und Entschlossenheit aus und ich hatte furchtbare Angst vor ihm. Und am Abend betete ich, ich möchte nicht wieder von ihm träumen müssen. Dagegen? Wie holt, wie lieblich und voll Anmut ist Herr Kesselring. Ein Mann in den besten Jahren. Sein Beruf ist mir nicht bekannt, aber er muss Hidalgo oder etwas ähnliches sein. Hellblond wallt das Seil nach um seine reine Stirn. Zart lockt in seiner Wange das heitere Grübchen. Schwärmerisch und entzückt blickt das hellblaue Kinderauge. Zärtlich streicht die lyrische Hand über die elegante farbige Weste. Kein Falsch kann in dieser Brust wohnen. Keine unedle Regung den Adel dieser poetischen Züge trüben. Rosig vom Scheitel bis zur Zehe. Wie ein Mädchen von Renoir. Mag Kesselring in jüngeren Jahren wohl den schelmischen Gespielen Kubitos sich gesellt haben, der Olde. Wie aber dieser süße Bursche mich erschreckte und enttäuschte, als er mir einst zur Dämmerstunde im Rauchzimmer eine kleine Taschenkollektion von unanständigen Bildchen zeigte. Dafür fehlen mir die Worte. Der interessanteste und hübscheste Gast, den ich in diesem Saale je gesehen, ist aber heute nicht da. Nur ein einziges Mal habe ich ihn hier sitzen sehen und da saß er mir gegenüber an meinem kleinen runden Tisch. Eine Abendstunde lang. Mit den braunen, frohen Augen, mit den schlanken, klugen Händen zwischen all den Patienten. Eine einsame Blume, voll Jugend und Glanz. Geliebte, komm wieder, um mit mir von den guten Speisen zu essen und den guten Wein zu kosten und den Saal mit unseren Märchen und unseren Gelächter zu erhellen. Wir Gäste kontrollieren einander, wie das in Sommerfrischen so üblich ist. Nur spielt dabei die Mode und Eleganz eine geringe Rolle. Desto genauer verfolgen wir das Befinden unserer Mitbürger, denn in ihnen sehen wir uns selbst gespiegelt. Und wenn der Kreiseherr von Nummer 6 heute einen guten Tag hat und von der Tür bis zum Tisch alleine gehen kann, so freut uns das alle. Und alle schütteln wir betrübte Köpfe, wenn wir hören, dass Frau Fluri heute das Bett nicht verlassen könne. Nachdem wir dann eine Stunde lang gut gegessen und einander betrachtet haben, brechen wir ungern das Vergnügen ab und verlassen den Saal unseres Wohlgefallens.